Hallo Frau Hake, ist jetzt lustig, aber ich dachte mit Bildern, da reicht man mehr, als wenn man spricht. Wir sind total glücklich mit Emma, das ist gar keine Frage. Es klappt alles wunderbar. Wir sind froh, dass wir sie geholt haben und ich denke, sie hat auch viel gelernt. Sie ist mittlerweile kastriert worden, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Wir hielten das für nötig und ich glaube, das war eine ganz gute Sache. Eingelebt hat sie sich, Familienmitglied ist sie durch und durch und jetzt zeige ich Ihnen mal, ich versuche Ihnen zu zeigen, was sie gelernt hat. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, Emma, Emma, sitz, fein machst du das, leg dich, sitz, Pfötchen, so ist es fein, gib Pfeif, leg dich, leg dich, Olle, leg dich und knacken und sitz und dreh dich. Fein machst du das, eins für dich, das ist Traudel. Komm her, Traudel, komm, du kannst auch was. Und wie sie sehen, verständlich beiden ganz toll. Äh, ja, so. Da. Und jetzt, Emma, sagst du noch Tschüss? Ja, Pfötchen. Ja, fein, fein machst du das. Nein, ich meine, Vielen Dank.